Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung heute zur letzten Aufnahmesession von Let's Play Halo Reach. Wir nähern uns dem Ende des Spiels und dem Finale und ja, Noble Six und generell das Noble Team, zumindest die, die da auch übrig sind. Das letzte Mal haben wir leider. Noble Six große Liebe, Cat verloren. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück in der Schwertbasis. Und sollen die erstmal natürlich skeuren, zurückerobern und shit. Und werden jetzt mal loslegen und ähm... Genau. Und mal sehen. Ja. Sword Base, Beth Kassler, Eischef, Epos. 29. August 2552, 26. Das sind 20.16 Uhr. Die sind mal rumschulig. Noble One, this is Noble Actual. Noble One, go ahead. We need that base taken out, son. What's your status? We're still outside. There are more in the interior show standing room only. We're gonna have to sit them out or we'll be way too popular. Copy that, Noble One. Holland out. We got a job to do. So let's stay focused and get it done. Six, are you in position? Affirmative. Good. Execute. Bam, we have a squad odysseys. Torch and burn. The government owns this sector now, but they're defending for a major strike, not a small group infiltration. Eliminate all hostile ground to air defenses, so the rest of Noble can land and sword base for the torch and burn. Keep a low profile. We take them by surprise. This will be a hell of a lot easier. Sparta, we'll follow you. Destroy the government on the air towers. He's not a footballer anymore, but the odysseys. He has to get everyone. And away. Super. In the water. Nice and quiet. Okay. Falcon down. Watch for bodies. Cool, how you wait through the water. Nice set. What's up? What's up? What's up? The shit is going up. What's up? Uhmm, ok. We're gonna do it here very quickly. Oh no, a Totocorin. I want to go first of this Grunt there. Bam. Da ist ein Buxler, kacal, wahr So, selbst mit einem Shade könnt ihr nichts Ok, das ist nur ein Grunting Ghost, oder was weiß ich noch was Aber, das ist noch in Ordnung Nice Oh, sogar ein Check Point Und, ein Check Point ist dann Ist denn schon wieder Karneval Mit den ganzen Check Points Uff Ok Ich tendiere fast dazu den Ghost zu nehmen Da war noch einer Ok, nice, well done Und alle Odyssees sind noch am Leben Watch for Bodies haben die gemarkt hier bei Falcon Down, ne Ja, vielleicht gibt es ja irgendwas zu luten Du und der Jaca vorbereitet Wir sollten ja nicht weiter kämpfen, ne Lotha Ich weiß keiner in welche Position da eigentlich gespielt hat Ich kenne mich mit Fußballer Hello Aber diese Musik Woah Ich flankiere jetzt U2 macht uns ab dem Durante verse ains und der märz einbrand genau hier gibt es die munition very nice die packs brauchen wir nicht because we are so pro und not heard muss man eben klein wenig leiser stellen mir because otherwise it will destroy my ears ist das nur die maske vom grunt oder glitsch der im boot cool kann ich hier nicht einstecken ich meine kann man doch bestimmt noch mal gebrauchen oder naja nochmal hier hoch ich meine gibt es ein wurzler hat 90 energie kommen wir nehmen einfach mal mit und jetzt gehen wir mit unseren odysseys weiter vor ich könnte auch den ghost nehmen oder wir machen es einfach so because nice and nice and quiet nehmen wir mal erstmal ein scorpion das nenne ich logik ok freunde dann let's go gibt es auch irgendeinen erfolg auf legendär ich weiß noch nie noch gar nicht auf legendär durchgespielt bin ich irgendwie ich wollte es immer mal machen und das erste mal dass wir den scorpion benutzen glaube ich sogar oder scorpion panzer was oh gott der scorpion ist so 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 crazy mighty richtig krass weiß auch nicht weil die explosion sound so laut ich weiß auch nicht weil die explosion sound so laut sind keine ahnung i don't know jack garNein goo ghost何 kommt der denn jetzt die elite war wieder um sich geschlagen okay lothar gucksam geschützt Gut Ähm, ja So Okay, ein weiterer Jagdpoint Und da ist das erste Anti-Air-Geschütze Was wir zerstören sollen Very nice Die kommen mir doch irgendwie bekannt vor Kennen wir doch schon was ein Ich muss sagen, Kate Ich sag immer mal noch, Kate What's that? Oh, jetzt können die Schakale mal Zack, aus der Luft gefüllt Ah, Skorchen Ich glaube, wir werden gute Freunde, das war okay Okay Oh Gott Treib ich den jetzt nicht mehr so Trinkt das nichts? Ist da das Schild oder was? Da war doch noch mal der Denshi oder? Den ich eigentlich gern mal Ach, scheiß drauf Muss ich da jetzt ernsthaft reinlaufen? Man kann's glaube ich auch einfach so machen, oder? Das hab ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt Aber ich meine Man kann auch einfach so drauf schießen Man muss gar nicht den Kern zerstören Oh ja, es sieht gut aus Oh ja, okay Oh ja, da waren die Diebe 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 Back up, back up Back up, back up Actionsequence Zu fuhuun Jetzt bräuchte man Ja, gut Den Halo-Sprecher kann man auch nehmen, aber der Unreturnable-Sprecher Woran häng ich denn jetzt hier fest? Goddammit Scheiß Banshee-Dach Aus dem Weg Die Sword Base sieht übrigens nicht mehr so gesund aus, wollte ich nochmal so anmerken Daaa So Endlich ist die Bahn frei Tchuuuun Ich schieß jetzt Endzeit mit nachher Äh, okay Ähm, hallo? Könnt doch gerne mal stehlen Oh Gott, da ist ein Winkel Der Stein, wie der So, also auf Legendär wird man hier echt zerpflückt von den Ghosts, auch als Skorpion. Das ist jetzt really difficult. Oh, ein Revenant, aka mein Porsche. Wow, passt aus, weil ich mir die Golden Shades schneller zerstören. Gott, nein! Ich könnte doch nicht den... Ah, ein Baum! Goddammit! To... Fuck! Ja, auf dem Feuerrecht. Auf dem Baum zu treffen. Okay. Das hat was, äh, not so nice. So, gut, da hinten auch noch. Okay. Fuck, fuck, fuck. Oh! Lothar! Ich habe Lothar verloren. Gut, die Welt traut nicht um Lothar, man. Ähm. Nein, wir sind all nice hier. Ich liebe Lothar, man. Das ist an ihm. Hier ist every week genug Chicken on board. Which is 20 years younger than himself. Oh Gott, Benchers. Was ist Benchbomben? Hör auf! Nein! Puh! Puh! So. Okay. Muss ich jetzt hier rein? Ja. Oh Mann. Das war close. Coming for the pill. And the garage. And the garage! Ist der Spanier, oder was? Letchki! Let's go, Lothar. Nice and quiet. Pssst! Hehehehe. Lelelelelel. Oh Gott. Ähm. Nein! Nein! Das darf nicht passieren. Let's go, Lothar. Take your mounts! Wird eigentlich... Boah, das ist ein guter Truppentransporter eigentlich. Just in time, Six. Kill them all, Noble. Nehmen wir jetzt halt mal die. Carter! Carter in Action! Freunde, ihr seid ja alle am Start. Oh. Okay. Noble Team! Together! We can rule the world! Erstmal das hier an mir. Aber jetzt Schwells-Entwicklung habe ich es aber auch echt. Ich treffe die einfach dann nicht, ne? Lelens hat sich hier schön breit gemacht. Hat hier schon einen Schützer aufgestellt und shit. Genau, keine Chance habt ihr. Weil June ein krasser Sniper ist. Oder so. Okay. Cool. Nicely done. Ich glaube, ich nehme das mal mit, ne? Because I can. And I'm crazy. Totally crazy. Okay, guys. Are you ready? Let's go in. Cool, ihr seid alle am Start. Ja, gut. Alle, die noch übrig sind. Wir nehmen es selbst. Wo muss man ja sagen. Ne, ich würde eigentlich gerne müssen. Wo muss ich lang? Hier lang? Oh ja. Cool. Eine Shotgun. Die nehmen wir auf jeden Fall mal statt dem Wurzler mit. Weil, äh... Darum. Kater. Jun, ihr Amor-Lock-User. Los. Oh, ihr seid alle... Ah. Alle Snoops hier. Ja, selber machen. So. I'm shitting on. Defekt, als I'm... Fuck! Goddammit. Überall beschoss. Überall beschoss. Aber ich sieg mich doch... Warum? Nein. Hört auf damit. Ich bin jetzt lieber quick und fest. Oh, fuck, da ist ja... Warum glitcht das Schild da durch? Das ist verwirrend. So. Eat that, motherfuckers. So, jetzt möchte ich gern wieder... So, okay. Vorhin ging das doch noch. So. Äh. Okay, I use the usual way. Good way. Warum bin ich jetzt wieder One-Shot? Zu viele Plasma-Stollen da oben, oder was? Überall Schakale. Ich hasse Schakale. Goddammit. Back in my days. Da waren wir no Schakals. So. Denn der liebe Ishma, a.k.a. Eddie, meinte immer, ich wäre grumpy und old. Äh. Naja, egal. Und deswegen... Back in my days. Warum hat er... Ja, das wollte ich sehen. Schön, dass Messer in den Kopf gerannt hat. Wie fühlt sich das an? So. So, okay. Ist everything dead now? I hope so. Heute viel zu viel schlechtes Eng... Fuck. Viel zu viel schlechtes Englisch am Start. Hallo Freunde, ich hab natürlich auf euch gewartet. Warum? Ähm. Genau, hier geht's nämlich lang. Warum ist E-Mail jetzt da? Ach, egal. I don't ask questions anymore. Scheiß Oni. Ah, Alter, ich falle. Töten. So. Okay. Wie sind Sie? Nicht so gut, es scheint. Was ist das denn? Warning, Security Breach. Okay, hier ist... Was ist mit den Bereichen? Sind die kaputt? Tot? Diese Breach-Sounds immer, die sind eigentlich verdammt cool. Verdammt cool. Sogar. Medi-Bag bauen wir nicht. Ansonst ist hier nix. Wie es scheint. Loading done. Ähm. Wie geht das nochmal so? Nachtsicht. For any cases. Oh, dann haben wir hier alles... Alles burnt. Und... Und... Please proceed to the pre-arranged coordinates. You know as much as I did. Level 4. Oh, erst mal ein Engineer ausschalten. Oh Gott. Unsichtbare Liebe. Wie waren die das letzte Mal doch auch schon in der Saunders. Warum? Los, Jun. Los, sag ich. Mäh. Ich werde hier vielleicht gut sehen, wenn ich... Nachtsicht... Naja. Wohl. Die Speck-Obs mieten. Okay. I will beat you to death. Ah. Hast du nichts für uns left? Nur Bordes! Ich bin zufrieden von den gleichen alten Fällen! In hier! Die gleichen alten Dinge!